So, warte mal, wer von euch hat denn Dünge? Ich hab das nicht gemerkt, wo ich da gucken muss. Ha, jetzt weiß ich gar nicht, was ich kaufen soll. Ob extra Dünge oder... Warte mal. Extra Dünge. Uh, das kostet aber. Da will ich aber gut entlohnen werden dafür, Madame. Guck, ich hab nämlich fast die 16.000 beisammen, deswegen grinden wir jetzt einfach auf das Geld. Ich will dieses Schwert haben. Deswegen machen wir halt grad mal ein paar Fetch-Quests. Aber ich muss wieder in diesen scheiß Adler-Ort. Adler-Horst. Da will die doch echt, äh... Ich freu. Ach, schon wieder eine Spinne. Ich hab jetzt keinen Bock, dass du mich vergiftest. Und jetzt liegenbleiben. Danke für's ihr Fleisch. Franzi, ich hab mich eingesuppelt hier. Mach mir die 1000 voll. Wo ist der Klotz? Habt ihr ihn gesehen? Dann für den einen soll ich dann auch noch mal nach Mers-Front... Also eigentlich im Prinzip, äh, äh, sagt mir eigentlich, äh, Debola nur, wo die, äh, Auftraggeber rumeiern. Huch. Dich wollte ich gar nicht anquatschen. Warte mal, warte mal, warte mal. Ne, ich dachte, ich hätte was gesehen. Einbildung, Sonnebildung. Huh... Hmm... Which jobs should I give you first? An old-timer in Seafront is looking for help. I wrote down the client's location on... Okay, bei den Docks da unten. Alles klar. Laufen also noch ein paar Mal hin und her. Ja, deswegen... Yay! Yeah, mein Feld wurde erweitert. Komm, das machen wir jetzt schnell. Auch noch. Dann gehen wir erstmal hoch zum Adlerhorst. Ich will zu meinem Feld, ich will zu meinem Feld. Was haben wir hier Feines? Hühnerei. Ah ja. Diese gackerten Viehshochs. Ja, nice. Ich kann schon gar nichts tun. Ich hätte vielleicht Züchen durch Dünger anbringen müssen. Dann pflanzen wir jetzt erst was ein, dann ein bisschen düngen und dann Versen. Gärtner, Sushi am Werk. Ich hätte das echt Züchen machen sollen. Egal. Guck mal hier, wie das wächst. Ich pflanze mir hier nochmal ein. Und beim nächsten düngen wir dann. Lass mal trotzdem eine Reihe offen. Falls ich die nur für was anderes benötige, ja? Schwester, das kann ich aber Hauptsache mir... Weizen setzen. Das ist sehr gut, weil ich muss Weizen anbauen. Aber eventuell... Theoretisch müssten wir noch zwei reinbekommen können, ne? Klingt ja nicht so rum. Okay. Gehen wir hoch zu Adlerhorst. Wenn ich schon mal hier bin. Es gibt zwar kein Schnellreisesystem, was jetzt für hier sowas gut zu brauchen wäre. Aber, aber... Wir haben Fast and Furious Wildsau Drift. Wildsau Drift. Ich weiß nicht, ich habe den Spruch schon ein paar Mal gebaut, aber der ist so zutreffend. Na, na, na. War das ein Kill, hä? So ist es halt, wenn wir in den Startgebieten zurückkommen. Uh, ich habe die jetzt gewonshotted schon. Theoretisch kann ich mir auch Geld ergrinden durch Hammelfleisch. Also, weh ich. Das war nix. Dann bleibt er liegen. Ich frage mich eigentlich... Ich will mal kurz was festen. Wie stark ich jetzt gegen die Wildsau wäre. Komm, mit der Gelegenheit holen wir uns noch Hammelfleisch. Ich habe ihn gesehen. Da ist er. Da hinne. Hinne im Fels. Bring it! Okay, der snutzt mich auf jeden Fall nicht mehr so stark wie der vor. Ja, auf jeden Fall werde ich auch besser. Gleich habe ich dich. Bäm! Wird schön besser. Machst du ein paar Worte und nur ein, zwei Stufen ausmachen? Ich bin scheiße OP schon in diesem Startgebiet. Hier, wenn ich mir das länger angucke, kriege ich Rücken- und Schulterschmerzen. So wie der hier rumfliegt. Wie bin ich jetzt echt auf mich allein gestellt? Ist kein nicht mitgekommen? Hallo, Fledermaus? Ich hätte beinahe noch einen viel blöderen Spruch gebracht. Den lasse ich aber. Sie ist immer noch voll die dramatische Musik. Hey, wer hat denn das Video hinten weggeräumt? Trotzdem, voll die Dramatik. Egal, die sind eh alles so unfreundliche Menschen. So. Die Freundin lebt in der Nähe von dem Häuptling dieses Horsts. Ja, und trotzdem wollt ihr nicht mitkommen. Ihr Geie. Hier hat man Haus gestanden. Das sieht man. Es hat abgeräumt. Ja, ich bin ein guter Mensch. Als du durch die... ...weirden. Das muss sein, das die Floristin gesprochen hat. Du denkst, dass sie rausgekommen hat? Vielleicht hat sie geblüht. Es sieht nicht aus, dass diese Haus hier in ein paar Zeit geholfen hat. Na, keine Ahnung in die Hälfte. Wir besser gehen zurück in die Stadt. Es ist ein schade, dass sie nicht da war. Ja. Na gut, da ich ja eh dann noch mehr Stadt zurück muss, dann mehr Front zurück muss. Ähm, dann können wir das dann gleich erlegen. Warte mal, Expressabkürzung. Das wäre beinahe ins Auge gegangen. Huuuuh, huuuuh, chill mal. Scheiße. Ich muss den erst besiegen. Komm, komm aber. Huuuh, der Kopf. Ach du Scheiße. Komm schon, komm schon, komm schon. BÄÄM! 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 Ich habe eine Untergangsstimmung bei dieser Musik. Finde ich doch die anderen Musiken besser. So, machen wir wieder Wildschwein Drift. WUHU! 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 Ach, Liam O'Brien rollt das erst so schön. WUHU! WUHU! Der ist schon sehr gut als Weiss gecastet hier. Definitiv. Ey, dann könnte ich theoretisch mal noch mein Feld hinten sehen, ne? Aber so schnell passiert da wahrscheinlich doch gar nichts. Kann ich wieder wässern? Ne. Der letzte Abstand war zu kurz. Wehren. Nehmen wir auch mal ein Quick Save. Wir müssen ja eh jetzt wieder nach Meeresfront zurück. Einen bei den Docks aufsuchen, eine bei dem Stand und dann... Ich mache jetzt erst diese Aufgaben alle, wie gesagt, bevor ich mir das Story wieder mache. Und der Hoffnung, dass ich vielleicht bald genug Gold zusammen habe. Und wenn ich jetzt schon so kurz davor bin, dann will man das auch haben, ne? Ich habe schon wieder mit dem Cloud zu tun. Und dann nutze ich den genauso wie den anderen. Ne, der ist schon... Ne, der hält schon mehr aus. Komm, verpiss dich von dem. Um den kümmere ich mich jetzt nicht. Auch auf euch habe ich gerade keinen Bock. Ich will erst mal nur den Laufburschen-Aufgaben spielen. Weil da zieht sich nämlich ein bisschen länger sonst. Obwohl ich es natürlich genieße, eigentlich durch die Gegend zu rollen, zu hüften, zu springen, zu tollen, zu trollen. Aber ich will unbedingt auch noch mehr sehen. Ich finde echt alles genial designt hier. Also mir gefällt das Spiel von Minute zu Minute immer mehr. So. Warum laufe ich eigentlich immer diesen komplizierten Weg und dann auch noch falsch? Ich weiß es nicht. Einfach nur die Hauptstraße runter, Marktplatz, dann links, gell? Aber das hat man schon bei Deus Ex gesehen, was ich für eine Orientierung habe. Da bin ich auch zehntausendmal in die falsche Richtung gelaufen. Ich stehe hier und bleibe das Geschäft. Nach allem, wirst du nie wissen, wann sie zurückkommt. 3.000 Gold. Ja, sehr geil. Ich kann es mir bald leisten. So. Warte mal. Ich soll da runter an die Ecke gehen. Da hat einer irgendwas mit mir vor. Und der Schmied da oben, der verkauft doch das gleiche Schwert, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Könnten wir ja mal gleich mal gucken. Ob ich es mir schon leisten kann. Ich mache trotzdem jetzt die Fetch Quest dann noch fertig. Weil, ähm, selbst wenn ich... Ach, gehen wir erstmal hin. Selbst wenn ich die Aufgaben erledigt habe. Was denn? Ja, du lebst aber im Meer. Na Funkel, was geht bei dir? Macht er wieder seine Musikübungen hier? Ach, das war doch der, der mir das mit dem Angeln erklärt hat. Das hört sich dir doch gar nicht aus. Schachzug des Fischers. Oh, ich soll das Ding fangen. Nee. Hä, ich check das nicht. Was war das denn? Ja, wie soll das denn gehen? Ich check das irgendwie nicht. Auch die Stellung nicht. Beim Angeln. Na komm. Nee, das mit dem Sardinen, das schaffe ich glaube ich nicht. Na? 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 Ist das ein Witz? Ich muss die ganze Zeit hier festhalten. Na komm. Na komm. Alter. Habe ich einen Eimer gefangen? Habe ich einen Eimer gefangen? What the hell? Ne, das war auch nichts. Ne, das war auch nichts. Was eine bescheuerte Aufgabe. Was sollte ich jetzt machen als nächstes? Ach ja. Ach ja. Äh. Ich weiß. Äh. Aber ich mach nochmal kurz einen Quick Save. Warte mal. Dann wollten wir nochmal zurück gehen. Warte mal. Warte mal. Aber irgendwer braucht da auch Sardinen. Warte mal. Äh. Äh. Ich hoffe ich kriege noch woanders Sardinen. Weil das kriege ich nicht hin. Die zu fangen. Das einzige was ich bekomme war ein Eimer. Das hat ja auch nicht viel gebracht. Da 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 da. Da 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 da. Machen wir wieder Wildscheinrennen. Komm. Hauptsache das äh. Ich war ein Trott. Dann einfach nur rum. He he. Was geht? Ah Mist. Huh. Was fällt dir denn ein mich hier einfach hinterwuchs anzugreifen? Was? Tiere Befehle geben? Halt 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 halt. Geh mal drauf. Das will ich doch sehen. Das will ich doch sehen.